Okay, das hier wird voraussichtlich der letzte Part sein, der Minecraft-Welt-Bioshock. Und ja, danach könnt ihr mir, wie gesagt, zuschicken, was ihr wollt. Das ich vielleicht mal zeige, in den letzten fünf Parts bis zu... Aha. In den letzten fünf Parts bis zur Staffel 2 dann. Warum sind hier überall Schalter dran? Ich kann nicht widerstehen. Und ja, die werden wir dann noch zusammen... Hallo? Zusammen spielen natürlich. Hier hinten gibt es eine Treppe hoch oder so. Aha, aufs Dach. Okay, waren wir hier oben oder waren wir hier oben nicht? Kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Ich glaube schon, ne? Hier geht's lang. Da geht's noch weiter hoch, aber ich bin hier, glaube ich, noch nicht fertig. Ich glaube, hier ist noch ein bisschen was. Ah, ein Bett, das erkenne ich soweit. Winterblast. Da kommen wir nicht rein. Jetzt schon. Alter, ich möchte hier gern was ablegen. Das kann ja weg alles. Geht's da noch weiter? Sagen wir was in der Stühle? Ja, das soll, glaube ich, das darstellen von Minecraft. Diese... Oh. Okay. Da ist nix drin. Hier kommt man auch nirgends weiter. Ähm, was ist das eigentlich gerade für ein Lied? Ah, Child's Play. Okay, jetzt glaube ich, habe ich alle Kammern, oder? Da war ich... Hallo. Auf jeden Fall drin. Da war ich drin, glaube ich. Hier war ich drin. Hier auch, ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal eine Etage höher. Wo waren das jetzt? Ah, na, jetzt reicht's aber, Framerate. Hier war das. Es geht noch zwei Stockwerke nach oben. Okay, gut zu wissen. Schauen wir uns mal jedes an. Immerhin eine Truhe. Es ist ja schon mal was. Ich lasse einfach alle Türen offen, die ich schon hatte. Ein Insasse. Eine Truhe. Was wollen die auf Leben? Ja gut, da kann man natürlich wieder was lernen. Fürs Let's Play dann. Also, für das Richtige. Also, Lehmboden sieht schon nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Kann man vielleicht mal irgendwann mal machen, in so einer Wüstenhütte oder so. Hätte ich nichts dagegen. Okay, haben wir das auch wieder. Eins nach oben. Kack 10. Guten Tag. Zwei Schläge. Ach, da hat sich schon... Ach, was haben wir denn hier? Das habe ich wieder gefunden. Ist ja cool. Aber ich habe da eine Befürchtung. Das werde ich das alles... Wenn ich da jetzt reingehe, durchs Netterportal. Dass ich da ganz woanders lande. Was haben wir hier alles? Aha. Ja, ich glaube, das ist die letzte Halle jetzt, wo wir sind. Und da können wir eigentlich mal durchgehen. Oh, 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 oh. Gibt es hier irgendwo eine... Alter. Ah, es fängt natürlich schon an zu lecken ein bisschen. Ich muss mir den Weg abfackeln, sozusagen. Alter. Alter. Aha. Schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um, ob wir irgendwas finden. Hallo, ihr Geister. Boah, Alter. Ne, komm, bis man da jetzt was findet, ne? Ganz im Ernst, da gehen wir mal zurück. Alter. Zurück in unsere schöne Map. Hier rückt es zwar fast genauso, aber... Die Türen hier sind auch interessant gesetzt, muss man mal sagen. Sehr originell auf jeden Fall. Hier gibt es nicht mehr. Ja, und wir sind auch ganz oben angekommen, wie es denn anscheinend hat. Also von daher... Ne, sind wir nicht. Doch, sind wir. Hier gibt es auch nicht mehr, ne? Außer das. Was ist eigentlich, wenn man... Guck, ich werfe mal ein Auge aufs Portal. Ach, cool. Ich nehme mal gerade fünf Kürbisse. Jetzt gehe ich mal durch. Ist das jetzt gelöscht, oder liegt das hier irgendwo? Ach, das ist... Na, das ist wieder aufgenommen. Verdammt nochmal. Ach, das liegt dann einfach im Nähter. Und man nimmt es auf, sobald man da reingeht. Nein, Mist. Ach. Alter. Hätte ich mir eigentlich denken können. Ja, da habe ich euch mal gesehen, wie der Nähter so aussieht. Da entlege ich... Entledige ich mich jetzt wieder. Aber wieso laufe ich hier eigentlich mit... So, schon viel besser. Mache ich bei der nächsten Karte wahrscheinlich auch, dass ich dann so rumlaufe, um was zu zeigen. So, gehen wir wieder mal ganz runter. Hier waren wir schon, ne? Hier waren wir auch schon. Es gibt so viele Stellen, wo man schon war, aber wo man denkt, dass man noch nicht war. Geht die Sonne auf oder unter? Auf. Huch. Das wollte ich gar nicht. So, wieder schön runter. Wo waren wir jetzt überall noch nicht? Ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich alles. Aber... Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Und da hatten wir eben noch nicht alles. Ein Button. Hier wird es wieder dunkler. Ich glaube, das ist Absicht. Aha. Aha. Ja, ja. Also ich finde das Glas schon ziemlich cool, wo man richtig durchschauen kann. Nicht dieses Glas mit diesen Streben zwischendrin. Auf den Bobo. Gut, da geht es auch noch runter. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Was ist das? Ein Billardtisch? Da würde ich jetzt gerne mal was ausprobieren. Na, kein Eimer labern. Nee, 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 nee. Dann müsste ich mal ganz kurz auf F1. Wenn man da jetzt Wasser... Okay, verstehe. Wenn man Wasser in sowas reingibt, dann ist Sense. Okay. 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 Was ist denn das hier eigentlich? Nee, auf der Treppe wollte ich nicht. Was ist denn das hier unten alles? Irgendein Kellerraum? Gibt es hier überhaupt noch was zu sehen oder was und alles? Nein! Oh, ich habe schon gedacht. Boah. Komm, wir machen uns mal Feinde. Meine Groupies. Juhu. Was wir machen könnten, wäre natürlich... Na, wo sind sie denn? Da ist Schwein Wolf. Wollen wir mal ganz kurz F1. F1, habe ich gesagt. So, nehme ich den mal mit. Oh, sorry. Lass meinen Hund in Ruhe. Hoffentlich... Ich probiere gerade mal was aus. Habe ich noch nie probiert. Hundi. Oh, nein. Das wollte ich jetzt... Oh, hä? Der reißt Obsidian kaputt. Hundi. Okay, ähm, weiter. Weiter im Text. Ähm. Äh, das war ich nicht. Das war schon so. Aber ich treffe ständig nicht die... Ah, F1-Taste. Jetzt habe ich sie. Klauen die. Klauen die. Klaust du Wolle. Alter, ich laufe automatisch. Wie habe ich denn das geschafft? Ist das eine Einrastfunktion? Jetzt geht's wieder. Alter. Kann ich eigentlich... Wo sind eigentlich die Schneebälle? Schneeball. Schneeball. Hi, 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 hi. Ein paar Schneebälle werfen. Na ja, kleine Schneeballschlacht. Würde sich aber eher in einem... Schneebiom anbieten. Passt mal... Upp, hier waren wir auch noch nicht. Okay, das bringt ja wirklich sehr viel. Okay, ähm... Mal gucken. Das bringt so viel. Das bringt gar nichts. Dass es schon wieder gar nichts bringt. Das ist so doppeldeutig. Aha. Das ist auch cool gemacht. Muss ich mir mal merken, ne? Gehen wir mal auf 1. Aha. Was soll denn das darstellen? Also manchmal fragt man sich wirklich... Auch wenn man Minecraft selber gespielt hat, so wie ich... Was soll das jetzt darstellen? Ich habe ja beide Teile gespielt, ne? Beide. Es gibt ja jetzt drei, aber... Den habe ich leider noch nicht spielen können. Sagen wir es mal so. Weil... Aufmerksame Zuseher wissen bestimmte Grund... Und die Unaufmerksam. Ich habe seit längerer Zeit kein Internet am PC. Und das Teil, was dazu nötig ist... Also das Spezielle ist ein bisschen... Naja, nicht ganz so günstig. Und das werde ich mir aber trotzdem demnächst holen. So, ähm... Wo ist der Leuchtturm? Ich glaube, da ist hier... Da ist ein Boot. Na, komm, weißt du was? Hoppala. Entschuldigung. Ähm... Hier müssten wir eigentlich irgendwann mal dahin kommen. Na, komm schon. Irgendwann müssten wir zum Leuchtturm kommen. Wenn nicht, ähm... Werde ich natürlich manuell... Werde ich oben auf... Sichtweite weit machen. Und dann hat sich das. Jetzt sind wir schon wieder hier beim gesprengten Fernseher. Mist. Alter, jetzt geht da... Geh da raus. Alter. Und das lasse ich jetzt einfach mal so. Wo ist denn der Leuchtturm? Wo ist denn der Leuchtturm? Leuchtturm? Ist er vielleicht hier irgendwo? Nee, jetzt... Hier ist er schon mal nicht. Ich würde mich gerne am Leuchtturm verabschieden, Leute. Mensch. Hä? Was ist das, bitteschön? Das liegt nicht auf dem Boden. Ach, cool. Soll das ein Schiff darstellen? Ich glaube, das soll das gesunkene Flugzeug darstellen. Das ist ja cool. So, na... Ah, das ist ein U-Boot. Ach, krass. Hab ich doch noch gar nicht gesehen. Wie eng das hier auch ist. Aber... He, he, he. Wollen wir da mal gucken, ne? F1 ist wieder aktiviert. Und ein Knopf. Alter, F1. Ah, ein Block bräuchte ich da vielleicht noch. So, dann machen wir das U-Boot mal zum richtigen U-Boot. Und sprengen ihm einfach mal den Arsch weg, ey. He, he, he. Jetzt bin ich mal gespannt. Was war denn das? Ich probier mal gerade was. Oh, oh. Wieso ging das jetzt hoch? Ah, nein. Ne, komm, dann machen wir das Wetter schon richtig. Oh. Halt. Da unten muss ich rein. Okay. Let's rock. Oh, oh. Oh, oh. Ups. Oh, ähm. Okay. Das U-Boot ist ja immer noch da. Hä? Ich mein, wie kommt das denn? Ich dachte, ich hätte das gesprengt. Ich muss da vielleicht ein bisschen präziser an die Sache rangehen. Macht da immer wieder ein bisschen Spaß, so am Folgenende. Beziehungsweise, das habe ich jetzt gezeigt, die Map. Die kann ich ja noch zum... Ding, ähm, kann ich auch noch verlinken. Damit sich die jeder von euch auch runterladen kann. Okay. Also jetzt dürftest du es von oben... nicht mehr erkennen. Okay. Dann eben so. Ah, dann eben Feuerzeug. Alter, das gibt's doch nicht. Na, wo bist du denn, Feuerzeug? Ähm. So, mal schauen, wie's jetzt wird. Wow. Okay, das kriegt man, glaube ich, so nicht mehr hin. Aber immerhin haben wir uns zum Großteil vernichtet. Da können wir schon stolz auf uns sein. Ähm. Ähm. Äh. Okay, ich weiß grad nicht mehr, wie man den Tag macht. Das ist natürlich sehr praktisch jetzt. Ich schmeiß erstmal alles weg. Ui. Einmal alles durchklicken und... Tschüss und tschüss. Ihr könnt in Rapture bleiben. Ihr Gegenstände. Ich brauch euch hier nicht mehr. Ähm. Hm, hm, hm. Leuchtturm. Iiii. Grün. Hier ist die Küste. Also müsste da hinten der Leuchtturm sein. Ich glaub, der war da hinten irgendwo. So hier in der Richtung. Na, wo ist er denn? Höh. Aha. Da haben wir ihn ja. Am Leuchtturm. Soll ich am Leuchtturm beenden? Vielleicht oben im Leuchtturm. Oh. Ich probier mal was. Ja, wir können ja ein bisschen rauszürgen an die Folge. Ich probier mal eine Kleinigkeit. Da, 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 da. Ja, der Eisengolem geht auch. Wo ist das Eisen nochmal? Eisenblock, Eisenblock. Eins, zwei, drei, vier. Und ein Kürbis. Hey, ich ja nur. Oh. Moment, ich helfe dir. Oh, verdammt, der hat's überlebt. Ah, Mist. Ah, ich dachte schon, ich kann denn irgendwie... Hallo. Pass mal auf hier, mein Freund. Jetzt aber. Beim nächsten Mal hab ich ihn. Tschüss. Hallo. Ich sagte... Tschüss. Ah, das haben wir überleben, die alles? Ich hab den hier runtergekickt und der hat's überlebt. Kann doch nicht wahr sein. Ja gut, dann nehm ich auch mal einen Creeper oder sowas. Ähm... Mhm. Tintenfisch. Eine Hexe. Dorfbewohner. Pilzkuh. Wolf. Tintenfisch. Schleim. Ähm... Nehmen wir mal einen Creeper. Bamm. Bamm. Selbstmordcreeper. Hahaha. Cool. Wir machen immer wieder den hier. Tchü, 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 tchü. Huch. Oh. Okay, so geht's auch. So kommt man eigentlich auch in den Turm rein. Und so sieht das hier oben aus. Ich hätte hier noch eine ganz geile Idee, aber nein, ich mach jetzt nichts mehr kaputt. Das ist nicht mehr schön dann. Obwohl, ihr könnt es euch ja downloaden, nur so ein bisschen als Fun. Ich hab hier eine Kopie gespeichert, beziehungsweise ich kann die ja immer wieder herstellen. Knopf am besten noch. Machen wir noch ein kleines Abschlussfeuerwerk. Und zwar mach ich das so, dann wieder ein und eins freilassen und wieder ein. Ach komm, weißt du, was ich mach? So, und rein damit. Ähm, müsste eigentlich reichen. Ähm, nehmen wir mal so einen Steinblock. Fackel weg. Fackel weg. So. So, schauen wir doch mal, ne? Ähm, oh. Jetzt ist er kaputt. Hupsi. Ja, okay. Ähm. Komm, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Dann machen wir Andrew Ryan auch noch platt. So. Ähm, was jetzt geil wäre, wenn, wenn ich die ganze untere Stadt sprengen könnte. Aber es ist zu viel Aufwand, ganz ehrlich. Ähm, ist da hinten eine Insel oder ich mach's einfach von hier aus, ne? Passt mal, oh, ich mach hier mal was. Ihr werdet gleich sehen, für was. Ah, noch eins. So, eins in die Breite. Huch. So, die Mitte. Ihr wisst doch schon, woraus es hinausläuft, oder? Ja, mal gucken. Ja. Nein. Ähm. Ach, Mist. Ihr wisst bestimmt, was ich vorhabe. Und zwar mit einem großen Nichts beenden. Ja, es doch funktioniert. Gut. Ähm. Ich würd' einfach mal sagen, an dieser Stelle, ne? Nein, 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 nein. Ich würd' ich machen, damit ich's nicht vergess. Und in dem Sinne würd' ich sagen, man sieht sich bei der nächsten Karte, wenn ihr sie für mich habt. Also, von daher, tschüss. Tschüss. Ja, genau ins Rote. Tschüss.